ja hallo zusammen willkommen mal wieder bei rock dem baumeister die woche ist um wir haben mal wieder samstag es wird zeit für neues video ein kleines update ich zeige euch jeweils ist was ich jetzt noch zu machen habe dieses wochenende und ja es gibt wieder ein paar schöne sache zu sehen hinter mir seht ihr schon die paprikas um die geht es heute eher mal so ein bisschen ich zeige euch mal ein bisschen genauer so das sind meine paprika pflanzen für die größenverhältnisse die sind also jetzt locker locker halben meter groß man kann auch schon so ein bisschen sehen da kommen auch blüten und knospen die ersten knospen die normalerweise hier in der mitte rauskommen die habe ich rausgeknipst damit die kraft mehr in die pflanzen rein geht das sind jetzt hier sechs verschiedene sorten hier unten in der ecke sind noch die letzten paar zwei tomaten pflanzen und die gehen heute alle raus ins gewächshaus kommen alle in ihre kübel rein im gewächshaus muss ich gleich noch gewaltig erst mal platz machen und rum sortieren und daher nehme ich euch jetzt mal mit so jetzt sind wir hier im gewächshaus also man sieht es ist recht voll hier ich muss jetzt wie gesagt erst mal ein bisschen aufräumen das sind die ganzen pflanzen noch die jetzt noch rausgehen an die ganzen nachbarn und sowas die muss ich jetzt mal durch sortieren die heizung kommt auch wieder raus beim heizen war es das wohl für dieses jahr denke ich dann habe ich hier wieder mehr platz und was man auch schon schön sehen kann finde ich ist ja der pflanze zum beispiel dass die oben her schon wieder viel fetter grün ist das ist so dieser fortschritt den wir haben vom letzten mal zu diesem mal und auch hier seht ihr die erste blüte ist schon da also offen also ja es ist gut vorangegangen auch übrigens hier ist der kater der hilft mir wieder bei der ganzen arbeit alles kontrollieren normalerweise ist die tür zu deshalb muss er jetzt mal am rechten gucken ja also wie gesagt das ist der aktuelle stand der dinge und ich nehme euch nachher noch mal wieder mit rein und dann könnt ihr weiter gucken so sieht es jetzt aus man sieht alles schön voll teilpflanzen sind schon wieder weniger geworden ich habe heute noch ein teil pflanzen abgegeben alles was hier jetzt in den bütten hier ist geht sobald ich mir sicher bin dass es kein frost mehr geht raus und dann wird das gewächshaus mit den sachen bepflanzt ja gut das war es erstmal sonst könnte ich euch noch kurz erzählen ich habe heute auch die gurken und die zucchinis gesät das ist ganz ganz wichtig die sollten schon länger in die erde und das habe ich vorher einfach nicht geschafft ja darüber mache ich demnächst auch dann noch mal ein video und ich werde auf jeden fall auch noch mal ein ausgiebigeres video machen zum thema ausgeizen das war es aber jetzt erstmal wir sehen uns dann wieder nächste woche oder vielleicht zwischendurch zum ersten mal mache ich vielleicht auch noch mal ein video mal gucken ciao